Herzlich willkommen zur Asklepios Informationssendung. Der Beckenboden bei uns, der geht nicht nur die Frauen was an, auch Männer haben einen Beckenboden. Er ist sozusagen der Abschluss des Rumpfes nach unten. Er besteht aus Muskeln mit einem Durchlass jeweils für den Darm und für die Blase und bei Frauen eben auch für die Scheide. Und rund um diesen Bereich des Beckenbodens können eine ganze Zahl von Krankheiten entstehen und über die reden wir jetzt. Bei mir ist Privatdozent Dr. Thilo Schwandner. Er ist Chefarzt der Klinik für Allgemein- und Visteralschirurgie an der Asklepios Klinik Lich in Hessen. Schön, dass Sie da sind, Herr Dr. Schwandner. Ein herzliches Grüß Gott auch von mir. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier bin. Mit welchen Beschwerden können die Menschen zu Ihnen kommen? Die Patienten kommen eigentlich mit ganz unterschiedlichen Beschwerden und mit ganz unterschiedlichen Einweisungsdiagnosen. Das ist immer ganz interessant. Meistens steht drauf, es juckt irgendwo. Man muss also genau fragen. Die meisten Symptome, die die Patienten dann nach Befragung äußern, sind tatsächlich zum Beispiel die Stuhlinkontinenz, wenn man den Stuhl nicht halten kann. Genauso im Bereich der Blase, das heißt den Urinverlust. Aber wir haben auch ganz andere Symptome auf der anderen Seite, wie eine chronische Verstopfung. Es gibt Patientinnen oder Patienten, die nur zweimal im Monat Stuhl haben. Und all das sind Symptome, die wir natürlich genau befragen müssen. Denn aus einer gründlichen Befragung kriegen wir da schon unheimlich viel raus bei den Patientinnen. Das heißt, es kommen Frauen und Männer gleichermaßen zu Ihnen? Also 70 Prozent sind Frauen, das muss man klipp und klar sagen. Und zwar nicht nur alte Frauen, sondern auch junge Frauen. Denken Sie, Frauen nach der Geburt, die zum Beispiel den Urin nicht mehr halten können. Das ist gar nicht so selten. Aber wir haben auch immer zunehmend Männer in unseren Beckenbodenzentren, wo wir arbeiten, die die gleichen Beschwerden letztlich haben können wie manche Frauen. Chronische Verstopfung zum Beispiel, den chronischen Beckenbodenschmerz, zum Beispiel durch eine Entzündung der Prostata, der Vorsteherdrüse beim Mann. Also das sind auch Patienten, die ein chronisches Beckenbodenproblem haben. Und früher sind Männer, übrigens Frauen auch nicht, aber die sind jetzt offener geworden, nicht mit diesen Symptomen zum Arzt gegangen. Aber durch die verbesserte tatsächlich Information und die verbesserten Einweisungsportale kommen jetzt auch diese Männer mit ihrem chronischen Beckenboden zu uns. Und das ist auch gut so. Ja, ist das auch neu, also neu in Gänsefüßchen, dass man den Beckenboden nicht mehr nur als eine Frauensache sieht, die sich auf den vorderen Teil des Beckens bezieht, also auf Blase und Scheide, sondern eben tatsächlich auch der Darm ein wichtiger Bereich darin ist? Ja, das sehen Sie genau richtig. Wir sehen ja heutzutage den Beckenboden ganz anders wie vor 20 Jahren. Früher hat jeder Spezialist, also der Frauenarzt, der Urologe und der Chirurg, sein Organ im Beckenboden gesehen. Und Sie sagten es ja vorhin, der Beckenboden besteht aus einem ganz speziellen Apparat, Muskeln, Bändern und Organen. Und heutzutage sehen wir den Beckenboden als ganzheitlich. Deswegen haben wir vor Jahren die sogenannten Beckenbodenzentren gegründet. Und jeder von diesen Spezialisten, wozu gehören zum Beispiel der Kolobroktologe oder der Chirurg, dann natürlich der Gynäkologe, also der Frauenarzt, der Urologe, aber nicht nur die Mediziner, sondern wir haben auch ganz andere Spezialisten im Team, wie zum Beispiel die Physiotherapie, die ja ganz, ganz wichtig ist. Wir sprachen von Muskeln, die man natürlich trainieren kann. Wir haben auch Osteopathen, Ernährungsmediziner, also alles Spezialisten, wo wir versuchen, den Beckenboden interdisziplinär, das heißt ganzheitlich, mit den verschiedenen Spezialdisziplinen zu behandeln und natürlich auch zu therapieren. Ohne jetzt schon in die Einzelheiten zu gehen, heißt das dann, dass das nicht immer nur OP-Eingriffe sind, um die es nachher geht, sondern eventuell auch etwas Physiotherapeutisches schon helfen kann? Also ich bin der Meinung, dass der Beckenboden zu 70% erstmal konservativ therapiert werden kann. Konservativ heißt ohne Operation. Wir müssen nicht immer alles operieren. Wir sprechen ja von Befunden, die chronisch sind, die tatsächlich häufig nach Geburt stattfinden. Ich habe es angesprochen, eine junge Frau nach der Geburt, die Urin verliert. Das brauchen sie nicht operieren. Sie müssen da die Blase nicht heben. Da können Physiotherapeuten zunächst therapieren, um letztlich den muskulären Beckenboden zu stabilisieren. Also nur 30% aller Beckenboden-Problematiken muss man operieren. Und das zeichnet, glaube ich, auch gute Zentren aus, die nicht alles gleich operieren wollen. Ich habe gehört, auch Osteopathen spielen dabei eine Rolle. Ja, Osteopathen, vor allem bei uns, spielt das eine große Rolle, dieses Thema. Ich habe früher, muss ich ehrlich zugestehen, immer gedacht, naja, Osteopathie, die machen da ein bisschen was und rechnen es dann ab. Das ist überhaupt nicht so. Wir haben ganz viele Patienten, wo wir Chirurgen oder auch unsere Urologen oder unsere Frauenärzte kein Korrelat finden, also kein Symptom, warum der Schmerz da ist. Dann werden die Patienten zum Teil osteopathisch behandelt und wir kriegen die Patienten tatsächlich schmerzfrei oder zumindestens gebessert. Also da hat sich meine Meinung vollkommen geändert in den letzten 10 Jahren. Ich bin ein Freund der Osteopathie und Physiotherapie, um letztlich den Beckenboden erstmal ohne Operation zu behandeln. Kann man das denn sagen, also was der Osteopath da eigentlich erreicht in Bezug auf den Beckenboden? Der Osteopath behandelt den Beckenboden in zwei Richtungen. Einmal sicherlich eine Komponente, die Physiotherapie, das heißt die Stabilisierung der Muskeln und der Bänder. Aber er sieht den Beckenboden in Verbindung mit der Wirbelsäule. Das heißt, er lockert die Wirbelsäule, er dehnt die Wirbelsäule, er dehnt verschiedene Dermatome, um so auch den Beckenboden muskulär zu lockern. Und das scheint wohl tatsächlich ein wichtiger Punkt zu sein. Und wobei hilft das dann? Also gegen Schmerzen? Es hilft gegen ein chronisches Schmerzsyndrom. Es hilft auf der anderen Seite bei chronischer Verstopfung. Es hilft aber zum Teil auch bei Patienten mit einer Entzündung der Prostata, also der Vorsteherdrüse. Die für den Beckenboden ein enormes Problem ist, weil sich dadurch ein sogenannter chronischer Beckenbodenschmerz entwickelt. Und die Männer extreme Schmerzen und wirklich extreme Symptome haben. Und welche Möglichkeiten hätte man konservativ, also ohne OP, gegen Inkontinenz, sei es bei Blase oder bei Darm? Auch da gibt es Neuerungen auf dem Markt, muss man ehrlicherweise sagen. Zum einen ist die Physiotherapie mit einem neuen Konzept muskulär eingestiegen. Zum anderen gibt es die sogenannten Biofeedback-Geräte. Auch hier gibt es Neuerungen auf dem Markt mit verschiedenen Strömen, die man einsetzen kann. Das haben wir auch in verschiedensten Studien untersucht. Als das sind konservative Mechanismen, wo wir den Patienten zu 60 bis 70 Prozent tatsächlich helfen und heilen. Was heißt denn Biofeedback eigentlich? Biofeedback ist eine Therapie, meistens eine Kombinationstherapie. Wir wollen dem Körper trainieren, Moment, du musst deinen Schließmuskel bewegen. Zum Beispiel, wenn ein Patient oder eine Patientin Stuhl verliert. Auf der anderen Seite wird das in Kombination eingesetzt mit einer lokalen Elektrostimulation. Und das ohne Schmerz für den Patienten. Das macht er zu Hause. Das ist also eine Sonde, die sich der Patient rektal einführt. Also in den Anus. Wie ein Zäpfchen. Genau, mit ein bisschen Gel. Das wird dem Patienten alles vorher gezeigt. Und dann kommt es zu einer Elektrostimulation. Und dadurch kommt es zu einer Verstärkung der Beckenbodenmuskulatur. Und das in Kombination mit Biofeedback. Und wie erfolgsversprechend ist die Behandlung dann, kann man das sagen? Man kann das sehr gut sagen. Wir haben in den letzten fünf Jahren drei große deutschlandweite Studien betrieben mit dieser neuen Methode. Und wir konnten 70 Prozent aller Patienten mit einer Stuhlinkontinenz, also mit einem Stuhlverlust, verbessern oder sogar heilen. Das ist vielversprechend. Gibt es denn da, also das ist ja nun eine, ich sag mal, eine niedrigschwellige Therapie im Grunde genommen, die der Patient selber durchführen kann, auch zu Hause, in regelmäßigen Abständen und kann den Erfolg dann sehen. Können Sie dem Darm oder dem Beckenboden noch anders auf die Sprünge helfen? Ja, also auch da hat sich natürlich viel getan auf dem Gebiet der Chirurgie, auf dem Gebiet der Koloproktologie. Wir haben heutzutage viel minimalinvasivere Operationsverfahren. Minimalinvasiv heißt also sehr gewebeschonend. Wir haben für die Patienten mit einer Stuhlinkontinenz oder wenn man Urin verliert oder die Kombination aus beiden, was ja nicht selten zu sehen ist, die sogenannte sakrale Neurostimulation. Das muss man sich so vorstellen wie ein Herzschrittmachersystem. Man hat eine kleine Sonde, die den Nerv stimuliert. Und wie ein Herzschrittmacher wird quasi mit diesem Schrittmacherstrom erzeugt und dadurch der Nerv stimuliert. Das ist aber so sanft, dass das der Patient nach zwei Wochen gar nicht mehr merkt. Und dadurch kommt es tatsächlich zu einer Verbesserung dieser Problematik. Und wo sitzt der Schrittmacher dann? Der Schrittmacher sitzt eben hier am Rücken, oberhalb des Knochens, im Hautniveau. Der ist dünn, der ist kleiner als ein Herzschrittmacher. Und den kann man dort implantieren, sodass das kosmetisch schön ist, nicht Gewebe traumatisieren, so wie wir das nennen. Also ein minimal invasives Operationsverfahren mit sehr, sehr großem Erfolg. Und mit einer Batterie, die alle paar Jahre erneuert werden muss? So ähnlich muss man es sich vorstellen. Das ist tatsächlich mit Batterie betrieben. Die Batterie hält aber sehr lange. Man spricht so von einer Batteriezeit von sieben bis acht Jahren. Und dann muss man quasi zum Arzt, zum Batterie wechseln. So einfach kann das sein? Richtig. Gerade bei Frauen, bei denen sich der Beckenboden absenkt, warum auch immer, hört man immer davon, dass man Ihnen etwas implantieren kann, was so etwas ist wie ein Netz. Was können Sie uns dazu sagen? Richtig. Wir haben natürlich, wenn die konservative Therapie ohne Operation nicht zum Ziel führt, auch neue Operationstechniken für den Beckenboden. Wir haben neue Netze, die wir in den Beckenboden implantieren können, um so den Beckenboden, zum Beispiel bei einer Senkung, wir hatten es vorhin auch bei jungen Frauen nach Geburten, senkt sich der Beckenboden. Und wenn Sie das nicht in den Griff bekommen mit Physiotherapie, dann gibt es Operationsverfahren, wo wir Netze auch wieder mit der Kameramethode implantieren und den Beckenboden quasi nach oben heben, um so die normale Anatomie des Beckenbodens wieder versuchen herzustellen. Und woraus ist das Netz, aus was für Materialien? Da gibt es ganz verschiedene Materialien. Es gibt mittlerweile Netze, die tatsächlich fast analog sind, also gleich sind der Darmschleimhaut, also fast menschliche Netze, wenn man es so will. Es gibt künstliche Netze. Das Netzverfahren spielt gar nicht so die Rolle. Wichtig ist, dass man das Netz so einbauen kann mit einer speziellen Technik, dass man den kompletten Beckenboden, also nicht nur die Gebärmutter zum Beispiel oder die Blase, sondern auch den Enddarm in einem nach oben strecken kann. Kann es da eine Komplikation geben wegen des Fremdmaterials? Es gibt Komplikationen, das muss man mit dem Patienten besprechen. Die Komplikationsrate ist aber sehr, sehr niedrig, dass sich so ein Netz zum Beispiel infiziert. Es kann ja offensichtlich in Ihrem Sektor auch zu einer Darm-OP kommen, oder? Ich glaube dann, wenn der Darm sich vorwollt, also wenn es zu solchen schwierigen Situationen kommt. Richtig, das haben wir auch ganz, ganz häufig, das Symptom. Auch nicht nur bei älteren Patientinnen oder Patientinnen, sondern auch bei jüngeren Patienten. Wir haben viele Patientinnen mit einer chronischen Verstopfung. Durch diese chronische Verstopfung müssen die Patienten sehr viel pressen. Jetzt kann man sich gut vorstellen, wenn man chronisch pressen muss, dass der Beckenboden und natürlich der Enddarm, der ja hinten liegt, sich nach außen vorwölbt. Auch da gibt es neue Operationsverfahren. Zum einen von transanal, das heißt von hinten operiert, als auch durch den Bauch, wieder in der minimalinvasiven Kameratechnik mit drei kleinen Schnitten, wo man diesen Prolaps, so nennt sich das, es ist also ein Rektum-Prolaps, das heißt der Enddarm kommt hinten raus, durch zum Beispiel starkes Pressen beheben kann. Wenn Sie sagen, Patienten mit chronischer Verstopfung, da wird sicherlich dann, gut meint der Helfer sagen, dann ist doch einfach mehr Müsli oder mehr Obst oder mehr Gemüse. Aber jede Wette, dass die das alle schon ausprobiert haben, oder? Woher kommt das dann? Also, das haben noch nicht alle ausprobiert. Wir fragen immer unsere Patienten, und das ist auch in Studien belegt, wie viel trinken Sie denn am Tag? Was schätzen Sie denn, wie viel die deutsche Durchschnittsfrau am Tag, wie viel Flüssigkeit sie so nimmt? Ich sage mal ein halber Liter. Ein halber Liter. Es sind ungefähr 0,8 bis 0,9 Liter. Immerhin. Und was wichtig ist, eben auch für den Stuhlgang zum Beispiel, ist, dass man zwei bis zweieinhalb Liter am Tag trinkt. Das heißt, durch so kleine Tricks, durch die Erhöhung der Trinkmenge, durch Müsli, durch Flohsamenschalen, also durch Medikamente, die keine richtigen Medikamente sind, kann man den Patienten häufig dadurch schon helfen. Also, wir operieren nicht ohne die konservative, also ohne Operation, die Therapie durchgeführt zu haben. Ja, man kommt dann, glaube ich, zu Ihnen gleich am Anfang und Sie machen einen Check, der wenige Stunden dauert und danach weiß man, welche Therapie die beste ist? Ja, also wir haben das bei uns so organisiert, dass alle Fachdisziplinen an einem Tag Sprechstunde anbieten. Das heißt, der Patient oder die Patientin kommt nachmittags, wird vom Urologen, vom Gynäkologen, vom Chirurgen untersucht. Dann bieten wir in unserer Klinik eine spezielle radiologische Diagnostik an. Wir haben eine spezielle Kernspintomographie, wo wir praktisch den Beckenboden in dynamischer Form als Film sehen können. Und dann werden alle Befunde besprochen in einer sogenannten Beckenbodenkonferenz. Das ist am Abend darauf und dann wird der Patient informiert. Wir besprechen das Patient mit dem Patient und dann wird die Therapie in die Wege geleitet. Vielen Dank für die Informationen, Herr Dr. Schwandler. Und ich hoffe, auch Sie haben sich gut informiert gefühlt und wir sehen uns wieder auf www.aslepios.com-nachtvorlesungen und auf YouTube. Werden Sie gesund! Und ich hoffe, auch Sie haben sich gut informiert.